Assalamu alaikum wa alaikum wa salam Urahmatou Barakatou Wisst ihr was er gemacht hat? Er hat gute Preise gemacht. Also ich trinke mit dir mit einem mit Und du bezahlst auch meine Nuss Tusch Was geht ab meine Freunde? Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video Auf Besnas Küche Aber heute ist Besnas Küche nicht dabei Warum? weil sami heute in den italien heute geht es in den urlaub leite ich fliege in den oder ich nehme euch mit ich habe die kamera mitgenommen haben wir haben dauletta italia ammülus lucky und was scharren war der bachschin und war nah war der bachschin und guase war vor mir und papa fällt mich gerade zu den jungs und ja was schon italien im bett papa war noch nicht die italien war noch nicht spani war es aber spani ich mache das lieber im garten papa war mal balkonien oder gardinien ich nehme euch mit und ich würde einfach sagen wir sehen uns gleich in oldenburg bei den jungs stelle ich gleich vor und dann sehen wir uns weiter 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 also bis gleich was geht aber auf jeden fall so ist jetzt auf start und chichero in der haus wir fahren jetzt auf jeden fall zum flughafen nach düsseldorf wc da geht es dann dann geht es weiter nach wohin wollen wir jetzt verraten wir fliegen oder noch später wenn wir sagen nach dänemark nach dänemark leite wir wollten kurz die dänen besuchen die spielen sehr gut fußball muss man sagen und ja wir sehen uns gleich wir sind gerade hier und haben gerade bisschen gefrühstückt und ich würde einfach sagen wir sehen uns später am flughafen und ich bin richtig nervös jetzt ist soweit der überall eingecheckt sitzen jetzt hier und steigen gleich unser shuttle bus ein und dann geht es zum flieger mit der rhein er ich bin echt nervös leute denn es ist mein zweiter flug wir sehen uns gleich im flugzeug weil wir checken alle ein und ja man so auf geht's in flieger sagst du ja jetzt wird es soweit wie warst du sehr frische haare sehr nice so meine freunde auf jeden fall da ist unser flieger jetzt geht es in den urlaub and yes hinter der tür hinter der tür sami hinter 22 b bist du da weißt du das weil das da steht auf den ticket ja auch hier leute jetzt geht es in den flieger kommst du 22 b war ja gar nicht der hat voll angst was machst du da auf jeden fall meine freunde auf geht's in den flieger wo geht's hin nach italia sardinia und blüte blüte wird aufgedritten meine freunde schön gedacht genau wünscht mir glück und drück mir die daumen dass ich heute ankomme am 2 außerdem bringst du dich alles mein gott wieso placermann 22 b hab ich Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. A1, meine Freunde, auf jeden Fall, jetzt sind wir angekommen. Wir sind jetzt hier frisch in Italien, in Sardinien. Unser Flieger hat uns Heile hergebracht. Und jetzt auf jeden Fall. Es war ein richtig guter Flug. A1, meine Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe nichts mehr aufgenommen gestern Abend. Wir waren echt platt. Jetzt sind wir auf jeden Fall angekommen. Das ist unser Strand. Ganz genüsslich. Hier da vorne ist unser Haus. Da wohnen wir. Genau da. Es ist noch früher Morgen. Wir haben es mittlerweile 8 Uhr. Ja, meine Freunde, auf jeden Fall. Wir sitzen gerade hier genüsslich. Wir wollen gleich auf jeden Fall was essen gehen. Ich habe Männerhunger. Und ja, man. Gestern war auf jeden Fall ein sehr anstrengender Tag. So, auf jeden Fall, Friends. Wir sind gerade hier im Apartment. Wo geht es gleich hin? Finnland. Finnland. Ja. Wir sind gerade auf jeden Fall hier fertig gemacht. Wir waren schön am Strand gewesen. Und jetzt geht es gleich nach draußen. Wir müssen ein bisschen einkaufen, Getränke kaufen, ein bisschen Fege, Milch, Obst, dies, das, Ananas. Und dann kommen wir zurück und dann gehen wir in die Stadt. Sag mal, Ijawarei, Leute. Was soll ich sagen? Ijawarei. Das heißt, Jani isu. Alter, mit Ola, Leute, müsst ihr euch Roladen immer unten lassen. Es ist sonst zu heiß. Und wir haben da oben Klimaanlage. Wir sind jetzt hier in der Innenstadt von Cagliari. Guckt euch die Gassen an. Wir laufen auf jeden Fall jetzt hier hin. Wir wollten mal in die Stadt fahren. Die sind jetzt mal so, glaube ich, acht oder neun Kilometer rausgefahren von unserem Urlaubsort. Und wie ihr das alle so kennt in den ganzen Gassen, die sind so klein und so kaputt. Aber es sieht einfach so geil aus. Pervers geil aus. Hier werden auf jeden Fall schöne Bilder geschossen. Das Problem ist, man muss hier mit Maske laufen, wie ich gehört habe. Wenn man keine Maske hat, zahlt man 400 Euro Strafe. Ah, mein Hase, ich sag. Hier, diese Gassen, ey. Die werden die meisten Filme immer gedreht. Und ja, meine Freunde, auf jeden Fall. Schauen wir mal, was es so hier gibt. Wir haben schon direkt was gefunden. Und dazu, das ist auf jeden Fall, ich habe mega Hunger. Ich darf immer was essen. Aber da ist noch nicht was. Ich weiß noch nicht was. Ich suche mir noch was aus. So cool ist die besten aus Küche essen, wäre geil, ne? Ja. Wir haben uns gerade lecker Eis geholt. Hier ist echt frisches Eis, sehr frisch gemacht. Die heißen auf Italienisch. Du gusti und meine glace. Du gusti. Hab ich gesagt. Und jetzt laufen wir hier ein bisschen lang. Ja. Wo sind Vici-Ciom? Kaleri. Ich weiß nicht, Via. Guck mal, da ist eine große Yacht. Die Titanic. Die Titanic. Kreuzfahrt, ne? Ja, was soll ich sagen? Mitten im Zentrum. Sexy, ja? Was geht an, meine Freunde? Auf jeden Fall. Wir sind gerade hier am Wasser. Einfach, ich gehe ins Wasser jetzt. Das liegt ja. So, meine Freunde, auf jeden Fall. Das ist so geil hier. Auch wenn das Wetter nicht so extrem geil für die Sonne kam. Trotzdem, 30 Grad, glaube ich. Und es ist mega warm. Und, was soll ich sagen? Ich danke euch für alles. Und liebe Grüße an euch alle da draußen. Und an meine Mama. Ohne diese ganze YouTube-Mute und hin und her, könnte ich mir das, glaube ich, alles gar nicht so erlauben. Und, ähm, ja, ist alles dank euch, dass es so funktioniert. Jetzt hier seid ihr, ich küssere Augen. Liebe Grüße bis nach Deutschland. Ich slovere. Bis, wir sehen uns später. Ciao. International Peace. Ich habe hier gerade eine, ihr kennt auch die ganzen Leute, die mal in den Strand rumlaufen, sehr sympathisch und heftige Arbeit. Man muss den echt Respekt geben, weil die laufen hier rum mit so schwer Gepäck und verkaufen Sachen. Hier, dies, das, die Sachen von denen. Und, ähm, wir haben ihn jetzt kennengelernt, er ist so sympathisch, sehr nett. Und, äh, ich stelle euch ihn mal vor. My friend, I have a, ähm, a YouTube channel. You know YouTube? You know YouTube? You know? Yeah. His name is Ali. Ali, Ali. Assalamu alaikum Ali. Wa alaikum, asalamu. Wa rahmatu barakatuhu. Rahmatu Allahi wa barakatuhu. Ayuwa! Ayuwa! We are here in Sardinia. Sardinia. Super good. Super good. Super good country. Country, super good. Sardinia is super good country. Very good, and I love you. You are very good guy. I love you. I love you so much. Because we give you so, uh, we pay this thing. Okay, and this is not for me. Okay, and, uh, look, I have no idea why we will do that again. Mine, I give you to do. I'm not doing it, man. My true. My true. This color, okay? This, this color, this color, okay? Eh, uh, Tutor, Tutor, this color, and, uh, Sardinia, okay? Okay. The, uh, and the two pieces, this, same, this, okay? This, other. This, other. The moment that you want to do the job. This way you deal with. This color is not fair. Of any doubt. But, uh, two pieces, right? That's why you're trying. No, two pieces, two pieces. But one has to think of it. He now has to think of it. Actually, two pieces, two pieces, big pieces. Two pieces, pieces. Ok? Do it go bring it tomorrow 11 clock 10 11 this one this is in sardinia in diese color eine wunderschöne guten morgen meine damen meinen herren das ist so ein schöner morgen und ich sitze gerade hier und schneide gerade das neue youtube video vom besten als küche ja auch im urlaub wird nicht geschlafen meine freunde wird immer gearbeitet wird immer gemacht und getan alles nur für euch gerade kaffee getrunken croissant gegessen gestern habe ich ehrlich gesagt bisschen viel zu viel gegessen dass ich heute so auf jeden fall wir sind hier gerade in cagliari mitten in der city leute genüsslich jetzt in die stadt gefahren sieben kilometer vom hotel ist auf jeden fall mega volle hütte hier ist nichts von corona wir lassen uns gerade hier gut gehen essen genüsslich was gleich kommt unser essen wir essen das schön ist was wir sagen wir wollen gerade abgeschmissen abgeworfen mit wasser das war nicht spaß von da ganz oben richtig dreckige aktion aber die leute die arbeiten sehr korrekt haben uns gerade wieder was neues gebracht und chichi wollte nach oben klettern wie damals bei spider-man aber er hat leider keine spinne aber das war auch kammer wir stundenlang diskutiert haben wer war das genau so richtig und ich glaube da werden noch schlimmer ich schwirr's dir so dass auf jeden fall wir haben schon so viel gegessen leute aber ich mache heute das erste mal wieder was essen wir haben lecker kalamares mit leckere pommes preis kalamares sind auf jeden fall in italien sehr heftig geil chichi hat sich so richtig dick bestellt fleisch und so wie sie so ist ein neues bock drauf weil das sehr schönes wetter ein bisschen windig besitzen direkt hier am beach was ich sagen ja man leute jeder der urlaub machen kann gönnt euch das ist nichts wirklich schöneres als urlaub zu machen es ist very nice wie weit ist das wo sitzen wir denn morgen wo sitzen wir das ist gut ist gut guck mal dein essen auf jeden fall ist sehr sehr wahnsinnig groß lecker ich habe noch kein tor gesehen mit kopfball bei ihm bei wem macht er bei lukaku wir reden gerade hier leute wir diskutieren gerade hier rüber auf lukaku zu bayern münchen wechseln sagt auf jeden fall sagt lukaku muss wenn der dahin geht dann muss lewandowski muss verkauft werden damit bayern geld macht weil er aber milliarden die habe nur geld versagst du also chicho ist der coachtrainer die sind gerade auf jeden fall auf jeden fall meine freunde das ist unser dritter tag drei tage aufgenommen mehr nicht weil ich wollte ein bisschen für mich ruhe entspannen und nicht nur kamera und videos denn die woche sind jetzt paar videos kommen sind online gekommen die habt ihr ja gesehen in der woche wo ich hier war hatte ich meine videos vorgedreht hatte ich hier geschnitten und hochgeladen und die letzten tage die letzten tage möchte ich einfach genießen genau drei tage habe ich es mitgenommen mal gucken was heute noch so passiert hier damit ihr auch vielleicht sieht was anderes oder so wie gesagt wir sind gerade hier am strand wer kommt wie so sagen wir sehen uns gleich haben wirאב ich hab' Join wisst ihr was er gute preis gemacht hatte also ich trinke mit dir mit dem ela mit und du bezahlst auch meine you sit here you drink with me ok you don't have Ihr Boss! Ihr Boss! Woher kommen Sie? Ich bin von Bangladesch. Und jetzt bist du hier in Italien? Ja, ich bin hier. Wie viele Jahre hier leben? 4 Jahre. 4 Jahre. Du möchtest hier? Ja. Bangladesch besser oder hier? Hier besser. Super, super, super guter Mann. Sehr guter Mann. Ihr Boss. Ihr Boss. Ich mag dich. Ich habe ihn locker schon seit ich hier bin, glaube ich 50 Euro gegeben. Good guy, good guy. You're a very good guy. Ich mag dich. Leute, ich mag ihn wirklich, ich bin seit Tag X hier. Seit dem ersten Tag kam er zu mir. Und ich will auch... Du gibst mir nichts. Ich gebe es dir für mich. Aber das ist für dich, nicht für dein Chef. Nein, nein, nein. Es ist für dich. Okay, danke. Ich schenke dir 5 Euro von mir. Es ist für dich. Aber du gibst nicht dem Chef? Nein, nein. Es ist für dich. Ja, sehr gut. So meine Freunde. Wir sind gerade hier im Restaurant. Und wollen jetzt was leckeres fooden. Chichi kommt auch nicht klar auf seine Frutte. Was hast du bestellt? Frutti di mare. Frutti di mare. Muss mit R rollen. R roll mal. Frutti mit die... Du musst in die Kamera gucken. Frutti di mare. Frutti di mare. Mare. Chichi, was hast du neckeres bestellt? Deins ist echt verbrannt auf jeden Fall. Deins ist echt verbrannt auf jeden Fall. Ja. Ja. Wie 2.40. Hallo, Chicho. Hallo, Chicho. Oh, oh. Du hast ihn geballert. Oh, Chicho. Nicht ein Ballon. Oh. Oh. Er schießt einfach nur rein. Ha. Auf jeden Fall. Chicho, du wirst kein Schießmeister. Oha! Oha! Hey, nicht schlecht! Sieben Schut haben, oder? Sieben. 1, 2, 3, 4, 5... Alter, der dreht ja richtig durch. Aber die sinkt ja nicht da. 3, 2, Warte, warte, wo warte jetzt ja schon ist. Warte, warte, wo warte jetzt ja schon ist. Warte! Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 8-E20 20 20 20 20 20 20 20 Scheiße! Hahaha! Oh! Ey! Ey! Ah! Mich kriegst du nicht! Hahaha! Ey! Nicht schlecht, Ciccio! So Ciccio! Hahaha! Er hat gewonnen! Ey! Ja, ich hab auch! Ich muss jetzt zwei oder noch mal! Auf jeden Fall! Ciccio ist der glückliche Leute! Er hat gewonnen jetzt das Spiel! Herzlichen Glückwunsch! Ich sag doch, er ist der Jäger von uns! Hahaha! Meine Freunde, auf jeden Fall alle runde Boxen! Jetzt hier lernt ich! Aber ich glaube, ich werde sowieso... Soll ich schon aufnehmen? Ich nehme schon auf! Auf jeden Fall! Ich glaube, ich krieg das gar nicht hier! Weil ich hab überhaupt gar keine Ahnung vom Boxen! Ich hab Angst, dass ich meine Hand kenne! Aber große Klappe hast du, oder? Hahaha! Ja, let's go! Schlecht! Ich war nicht getroffen! Schlecht! Das Ding ist... Ich kann das gar nicht! Ich kann das nicht getroffen! Ich kann das nicht getroffen! Voll schlecht! Voll schlecht! Ich als Fussi! Auch schwarz! Auch schwarz! Auch schwarz! Ey Leute, du hast schon mal besser getroffen, oder? 672 hast du heute! Alla rein! Jaaa! 680! Edy, du hast dich zu kürzen! Edy, du hast dich zu kürzen! Edy, ich bin extrem! Edy, du wirst dir da! Edy, du wirst dich zu kürzen! Edy, du wirst dich zu kürzen! Nein, du wirst dich! Aber das wird immer besser! Aber das... Ich weiß nicht, ich zu kürzen! Ich treffe diese Scheiße nicht mehr! Ich verwand meine, ich wollte das einfach machen! aber wie fühlst du dich dass er besser als du macht so meine freunde wir sind gerade hier mittendrin in cagliari in der city am start wir wollten jetzt einfach mal auf spontan da hochgehen sieht so wenig aus aber glaubt mir das ist so hardcore ich nehme euch jetzt einfach mal mit ich glaube da kann man am schönsten die ganze stadt sehen leute wir waren gerade schon ganz oben leider kann leider speicherkarten fehler sie wurde gelöscht sie haben mich das kontrolliert wir laufen jetzt wieder hoch wir sind runtergelaufen let's go okay ich fange mit fitness das kostet dich was nicht dass ich noch mal nach oben gehen muss aber vorher hast du bessere tempo gehabt so angekommen halbe mitte halbe mitte und jetzt erst mal das video speichern so meine freunde auf jeden fall sind wir jetzt hier oben so willkommen in bella italiana mit cagliari wir sind angekommen hier oben ich bin auf jeden fall am arsch leute ich sehe es aber positiv ich komme auch aus deutschland liebe grüße falls ihr es wieder sieht wo lang links rechts da kommt ja ich müsste es alles positiv sehen und noch einmal da hinten sieht das leute feuer was mit dem auf jeden fall model shooting wie hoch ist das was glaubst du 70 Kilometer 70 Kilometer ja hoff hast du gesagt ja 70 100 ich freue mich so auf fitness es gibt nichts schöneres so meine freunde hier wird lecker jetzt hier wird jetzt lecker gegessen loa ist auch am start am essen gerade was gibt es leckeres bei dir lecker bei dir wir essen jetzt lecker hier in so einer gasse und ich hoffe das video hat euch gefallen gab ein bisschen gesehen was wir so gemacht haben ich konnte nicht viel zeigen mir ging es die letzten zwei drei tage im urlaub nicht so gut ehrlich gesagt da habe ich ein bisschen pause gemacht und ich hoffe dass ihr euch gefallen lasst doch einen fetten daumen da falls ihr mehr solche videos sehen wollt diesmal was ganz anderes auf wässlers küche und schöne grüße an alle wir beenden das video jetzt hier in sardinien wir sagen jetzt tschüss haupt rein und gr恩 Christoph Test söyle distress test test subst Bis zum nächsten Mal.